Liebes Publikum, Herr Roth, Monika Herz, das war Rellerick, Pitti-Flatsch, sind das Namen, ja, sind das Namen? Wir haben wieder mal keine Kosten und auch keine Mühen gescheut und haben das so hingekriegt, dass sich hier die Stars zu unserem Jubiläum die Klinke in die Hand geben. Begrüßt deshalb mit mir Monika Hauf und Klaus-Diener Hengner. Wenn der Ball ist, wird sie fliegt, der Ball ist sie fliegt, der Ball ist sie fliegt. Ach, wir wollen, wenn der Ball ist sie fliegt, doch nicht lange, nicht lange. Einen wunderschönen guten Abend, meine wunderschönen Damen und meine wunderschönen Herren, in dieser wunderschönen Stadthalle. Ganz Deutschland ist von der Urliwelle überschwemmt. Endlich ist sie auch nach Elsnitz geschwappt. Und genug für Klaus und mich, einmal unser Rumpelkammer zu graben. Ja, und bei dieser Kramerei wollten wir uns an einige liebe, nette und hoffentlich auch unvergessene Kollegen erinnern, die mit uns durch dick und dünn gegangen sind. Wir wollen schauen, was aus ihnen geworden ist. Und so lassen Sie begrüßen mit mir gemeinsam ein wahres Trachtmähle, das uns allen sehr an diesem, unserem Herz blieb. Begrüßen Sie mit mir Monika Herz. Ein Applaus für die Moni, sie ist etwas schüchtern. Traurig, Moni, traurig. Ich bin die Monika Herz. Und ich bin gut zu vögeln. Und darum singe ich für Sie das Lied vom Großen Vogel. Voriges Jahr, voriges Jahr, hat der Maschinszeit. Ich war wieder mal rund wie ein Moschen. Auf dem Freien Winter war es auch schon passiert. Und ich hatte mich auf die Fresse gebrochen. Lange Zeit, lange Zeit kam ich nicht zu mir. Und auch dann hatte ich Mühe zu laufen. Doch dann kam nur dieser große Vogel zu mir. Und er sagt, du sollst nie was mehr saufen. Und der Vogel war aber sechs Freien. 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 Applaus Applaus Ich hoffe euch hat alle mein Brügelchen gefallen Oh was ist das ein Böbel Ich glaube jetzt kommt der Schirbel Ich glaube jetzt kommt der Schirbelchen Ich bin von Schollern Ich habe wirklich zu tun Weil ich wahre muss Los geht mit Schollern Doch ich die grüste Seier Und weiter noch mal Wenn dort gehts die grüste Seier Dann geht die Waldesbruch Und zieh dich mit dazu Hier im Brunner und Papier Dauern schon bin ich zuhause Ich bin in Fahrt Ich bin in Fahrt Und Papier Und Papier Und Papier Und Papier Ich bin hier Ich bin von Schnell Ich bin in Fahrt Weil ich wahre Mann Stahlmann Ja ich weiß Oh Mann Oh Mann Oh Mann Mann Ja Ja Vielen Dank Recht Vielen Dank Für diesen stürmlichen Applaus Und ich will euch sagen Er ist gerechtfertigt Er ist gerechtfertigt Ich habe ihn verdient Nein Aber nun Meine Damen und Herren Lassen Sie sich entführen Lassen Sie sich entführen In die Welt des schwarzen Magie In die Welt der schwarzen Magie Lassen Sie sich verzaubern Von dem Altmeister Doktor Peter Kerstin Der Zauberpeter Die Χworte Lokale Kerstin Hat flaming Rägen Mit wie Doktor Rägen Ja Das ist Deszent Die hatte Dürfen Chen Eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dazu begrüßen Sie meine Assistentin, diese Frau ist einfach tierisch. Sie hat die Augen von Flipper, die Haare von Lessie und das Hinterteil von Black-Cuty. Begrüßt Sie jetzt auch mit Dr. Frennaby! Sie hat die Augen von Flipper, die Haare von Lessie und das Hinterteil von Black-Cuty. Sie hat die Augen von Flipper, die Haare von Lessie und das Hinterteil von Black-Cuty. Sie hat die Augen von Flipper, die Haare von Lessie und das Hinterteil von Black-Cuty. Sie hat die Augen von Flipper und die Haare von Lessie und das Hinterteil von Black-Cuty. Sie hat die Augen von Flipper, die Haare von Lessie und das Hinterteil von Black-Cuty. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitel. 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 BR 2018